In den Tiefen des Dschummis ist eine mächtige Aura zu spüren. Ich greife mich von hinten an. Das Herrscher-Pokémon des Shuttle-Dschungels-Mantyda ist hinter dir erschienen. Ja! Herrscher-Pokémon-Kampf. Wie wunderschön. Manzidea-Herrscher wird hervorgerufen und ich habe nur drei Pokémon zum Kämpfen. Ist das geil! Versuch's mal mit Nitro-Ladung. Könnte klappen bei einem Dschungel-Pokémon. Das so aussieht, als wäre es die Pflanze. Alter Schwede! Was geht bei dem? Okay, ja. Ähm... Nicht ganz das, was ich erwartet habe, aber... Mitstreiter. Ein Trompeg erscheint. Okay. Na toll. Der übliche Scheiß. Wieder gegen zwei Kampel. Ich setze mal Supertrank ein. Damit ich jetzt nicht weggehauen werde von der nächsten OP-Attacke. Und die hier vom Herrscher-Pokémon eingesetzt wird. Das war echt ne OP-Attacke. So. Feuerzahn vielleicht? Nein, nicht auf Trompeg. Was machst du denn für eine Scheiße? Den kannst du doch besiegen, wenn der Herrscher-Pokémon tot ist. Sie holt doch neue Versterbung. Wenn Trompeg jetzt tot ist. Och nein, jetzt bin ich auch noch verwirrt. Verdammt, Mann. So, jetzt auf das richtige Mantide her. Sofern die Verwirrung es zulässt. Los, John! Ich weiß, Rasierblatt bringt es nicht viel. Du bist ein Feuer-Pokémon, aber... Ja, komm. Ja, schade dich vor Verwirrung noch selbst. Und damit dieser Kampf auch noch besser wird. Ja, gut. Nebe ich halt nochmal einen Supertrank. Aber abzusehen, dass das ein bisschen zäherer Kampf wird. Ist ein Herrscher-Pokémon. Das war bisher immer so beim Herrscher-Pokémon. Und dann wird sich auch die nächsten Herrscher-Pokémon-Kämpfe nicht ändern. Wird verdammt schwer. Hyper-Tank! Los, John! Komm, das wird doch... Jetzt irgendeine Feuertagei und... Guck mal. Ist doch schon fast besiegt. Naja... Passt. Äh... Ist ein bisschen... Ach, komm schon. Das ist unfair mit zwei gegen einer. Ist unfair. Na gut. Vielleicht kann ich noch einmal einsetzen. Vielleicht geben sie mir die Möglichkeit. Oder auch nicht. John wurde besiegt. Gute Chancen. Auf jeden Fall. Los, Max! Ja, ich seh schon. Ich seh schon mich verlieren. Luftstrahl auf Vantilia. Wasser-Pokémon gegen Pflanzen-Pokémon. Ja, alles klar. Ich versuche gar nicht erst Hoffnung zu haben. Das ist... Das schaffe ich erst beim zweiten Anlauf. Versuch das Beste, Max. Ich erwarte nichts, dass du das jetzt schaffst. Ich erwarte nichts, dass du das jetzt schaffst. Och, Mann. Was ist denn das für eine asoziale Attacke hier? Ja. Fluffy. Das ist unsere letzte Chance. Fluffy. Das Pokémon Level 16. Und das nur Pfund kann. Ich bin dann mal weg. Ja. Ja. Dass wir jetzt grau gehen. Solarklinge. Ach, Solarklinge heißt die. Asoziale Attacke hier. Meine Kamera ist ausgegangen. Finde ich geil. Ich weiß echt nicht, wann sie ausgegangen ist, aber... Auf jeden Fall. Was kannst du eigentlich? Ich nehme mal die Pokémon heilen. Hier müssen wir auch mal schnell. So, hier habe ich mal wieder die Rest in Peace Box betätigt. Ja. Unser Team wieder minimiert. So läuft das aber an. Kämpfen. Ich weiß nicht, wie ich überhaupt die Top 4, die es ja hier scheinbar irgendwie gibt in diesem Spiel, überhaupt schaffen soll. Aber gut. Ähm. Da ist dir wohl während meiner Prüfung ein wenig die Puste ausgegangen. Was? Das herrschende Pokémon im Schattendschungel ist ebenfalls nichts zu unterschätzen. Aber gegen Käfer- und Pflanzen-Pokémon helfen Attacken vom Tieffeuerhund oder Flug. Ich weiß, aber mein Feuer-Pokémon ist ein bisschen... Ja. Unkompetent. Bei Dürre regnet... Was? Bei Dürre regeneriert man China schon mal K.P. Und dann fesselt eine besonders starke Attacke. Ich versuch's glatt nochmal. Lass auch mal das Gericht zu den Herrscher herlocken. Bist du bereit? Nein, nicht wirklich. Na gut. Sprich mich einfach an, sobald du dich dafür bereit fühlst. Die Sache ist, ich bin nicht bereit. Ich habe drei Pokémon. Zwei sind verloren gegangen. Wie soll ich das überhaupt noch schaffen? Ja. Blöde Regeln. Auf geht's. Ich mache einfach... Ach, jetzt muss ich das Ganze nochmal mixen. Ja, komm. Mach Platz. Ich bin welche hier von hinten angerufen. Und weißt auch nicht, warum die mir nicht helfen? Okay. Ich schneide das Ganze mal ein bisschen zusammen. Ja, komm. Cφ Ich gehe jetzt mal mit vier Salen. Ich gehe jetzt mal mit vier Schilder. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei. Drei, zwei, eins. Das war's für heute. Verdammte Scheiße. So, mach's in die Flamme. Und du jetzt. Kriegst du eins aufs Maul. Setz Kraft. Und jetzt ist Feierabend. Naja, ähm, fast. Und was ein Formeo. Das hat man ja noch gar nicht. Aber ich denke, jetzt sollte es mal irgendwie mal gehen. Ach, komm schon. Weißt du, wie unfair du spielst? Man, Tidea. Alter Schwede. Das ist noch nie so einen unfairen Kampf gesehen. Naja, gut. In vier anderen Tunnelprüfungen. Formeo verwandelt sich. Hey. Hält sich einfach selbst. Und hat so eine Fix-Attacke einfach mal. Alter Schwede. Oh. Ja, Jeter. Man kann auch mal ein fairer Verlierer sein. Ein bisschen fair mal im Kämpfen da ist. Richtig asozial in diesen Herrscherkämpfen. Ja. Ich hab's mal geschafft. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's besiegt. Ist das geil. Nach dem dritten Versuch oder nach dem vierten Versuch. Ich hab aufgehört zu zählen. Das ist jedes Mal dasselbe. Hier. Bloß nicht von Formeo besiegt werden. Das wäre geil. So. Wow. Ich hab's. Keine Tränkemehr. Ich hab keine Tränkemehr. Feuerzahn. Das hätten wir gleich. Kopfnuss. Komm schon. Oh, verwandelt sich zurück. Mir egal. Ich setze jetzt Nitro-Landung ein und stampfe das Ding in den Boden ein. So, besiegt. Ja, danke, geil. Endlich mal. Ich bin ein bisschen aggressiv geworden, aber ja. Du besiegst manche der Herrscher. Nach etlichen Versuchen. Nach etlichen Versuchen. Ja. Du bist ja unheimlich stark, Zwergenfürst. Nee, nicht wirklich, wenn man drei Versuche dafür braucht. Nein. Nicht nur, dass du ziemliches Talent hast. Nein, du bist auch noch äußerst kompetent. Ich unkompetent. Wer's glaubt. Einfach unglaublich, mit welcher Leistungsfähigkeit, äh, mit welcher Leichtigkeit du das Herrscherpunkt besänftigt hast. Leistungsfähigkeit ist auch geil. Im Wender-Vulkanpark war es das Gleiche. Dabei bin ich doch so stolz auf meine Amphira. Auch meine mit großer Hingabe trainierte Luzardin hatte keine Chance. Ach, die war das mit dem mit dem mit dem Kackwal hier. Mit dem Hurensohn Wal. Mit dem Hundesohn Wal. Du Hundesohn. Mann. Hundesohn. Dann hast du ja jetzt alle drei Prüfungen auf Arcana erfolgreich bestanden. Nicht wahr? Dafür, dass du meine schwere Prüfung absolviert hast, möchte ich dir diese sagenhafte Belohnung überreichen. Ah. Ein weiterer Kristall und eine weitere Stempel aus meiner Karte. Prüfung bestanden. Na, ob das sagenhaft ist, weiß ich nicht, aber so. Es ist nicht schlecht. Du hast einen Z-Kristall von Maho erhalten. Die Pose, um aus Pflanzenbuckmann die Z-Kraft herauszuholen. Geht so. Passt gut auf. Pflanze! Ja, sieht typisch aus. Und da du meine Prüfung bestanden hast, würde ich mich freuen, wenn du fortan die Pokémon hier aus dem Schattendungel trainierst, zu erfährst. Und als kleine Starthilfe würde ich dir gleich mal diese Nestbälle auf den Weg geben. Du erhältst zehn Exemplare des Items Nestball. Nestbälle wurden in der Items Tasche verstockt. Na sowas, mein Tidea hat ja gar nicht alles aufgegessen. Chiara, Tracy, kommt, gönnt euch ein paar Portionen. Und man darfst. Dankeschön. Hähn. Der Geschmack des Steinknochens entfaltet sich langsam. Das Essen schmilzt mir auf der Zunge. Nein, warte. Es ist meine Zunge, die hier schmilzt. Urrrr. Du meine Güte. Was? Was? Leute? Was habt ihr denn auf einmal? Hey! Bleibt hier! Was? Ihr geht ja jetzt schon wieder weh... alle zum Maler. Oh, Professor Kokui. Oh, hier riecht's aber lecker. Hat Maho wieder mal ihr Spezialmenü gekocht? Ha, du hast doch Mahos Prüfung bestanden, oder? Dann bekommst du jetzt ein Geschenk von mir. Und zwar nichts anderes als die TM Schmalhorn. Die garantiert dir einen Treffer. Okay, garantiert mir einen Treffer. Keinen zweiten, aber einen Treffer. Geil. Du erhältst das TM Schmalhorn. TM67 wurde in der TM Tasche verstopft. Neuerfahrungen und Entdeckungen sind das Salz in der Suppe des Lebens. Es gibt da eine Einrichtung, die du dir auf der Inselmannschaft unbedingt anschauen solltest. Ich rede vom Dimensionsforschungsinstitut. Es ist nicht weit weg, oder um es mit einem Attacennamen auszudrücken. Es ist nur einen Funken-Sprung entfernt. Na dann. Meinen Glückwunsch zur bestandenen dritten Prüfung von Akala, Zwergfürst. Als nächstes warten die große Prüfung von Inselkönig Maila auf dich. Maila ist eine Expertin für Gesteins-Pokémon. Wenn du ihr Ziel besiegen willst, würde dir eines der Pflanzen-Pokémon aus dem Schattendschungel bestimmt helfen. Schau beim Dimensionsforschungsinstitut vorbei, wenn deine Vorbereitungen für die große Prüfung abgeschlossen sind. Okay. Was noch eine Prüfung? Eine große Prüfung. Also eine noch schwieriger als die hier. Na da freue ich mich ja drauf. Frag Proton, falls du Hilfe brauchst. Und ich bin dann mal weg. Und ich gehe da gleich mal wieder rein. Und fange hier mal ein paar Pokémon. Vielleicht kann ich damit sogar die gestorbenen Pokémon ausgleichen, die ich jetzt im Team verloren habe. Ja, aber für den Part sage ich jetzt hier erstmal, ich hoffe euch hat es gefallen. Und ja, ein Däumchen nach oben. Solltet ihr auch neu auf meiner Kanalseite sein. Und ja, kein Video verpassen wollen und Abo dalassen, sollte euch dieser Part gefallen haben. Ansonsten noch einen wundervollen, wirkstlichen Tag euch. Genau. Ihr habt euch wohl. Bis zum nächsten Part. Haut rennen. Bis zum nächsten Mal.